Drehst du? Das war nicht der Plan! Geil! Hallo ihr Lieben, mein Name ist Ela und wir sind gerade soeben im wunderschönen Hamburg angekommen und drehen heute das offizielle Video zu meiner neuen Single Lila Cadillac und ich freue mich riesig drauf, großartige Menschen sind dabei, großartiges Team und ich nehme euch einfach ein bisschen mit. Dann würde ich sagen, auf die Plätze für den Tisch verläuft. So sitzt doch keiner, wer da streitet! Ja so, Mann! So geil, die klopfen sich drüben und hier so heile Welt. Das ist übrigens Shani, sie war mein großartiges Make-up. Einen nochmal in cool und einen mit ein bisschen. Sieht cool aus, sieht wirklich cool aus, also mega. Gut, gut, gut. Alter! Super krass, ich freue mich total, dass die Aisha dabei ist. Sie ist wirklich eine großartige Seele, sie spielt das so toll und mir persönlich hilft es, diese Szene nachzustellen und eine persönliche Geschichte in meiner Familie einfach ein bisschen auszuarbeiten und ich bin total dankbar, dass ich das hier machen kann. Eben auch mit dem Song und mit diesem großartigen Team. So, wir sind gerade in der dritten Location angekommen. Hallo! Und die stelle ich jetzt auch nochmal ganz kurz die Darsteller vor. Das hier ist Max. Und das ist die Aisha. Und das ist... Dennis von Ignator! So sieht der aus. So ist mein ganz nettes Typ! Moral in der Joakim Oh, oh, oh! Oh, woah! curveswird es ja... Ich schaue dir mal deinen Scheiß mitpapel! Habe ich gleich noch raus!? Woah! Du kannst spenpaar, das habe ich echt geschwinkt! Was macht ihr gut? Ich habe mich richtig erschrocken dass sie an dir stattfarten ist. Okay! Also auf jeden Fall, zweite, vierte, 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 keine Ahnung, es ist 2.8 Uhr. Das ist Max an meiner Seite, das ist Aisha an meiner Seite. Ich komme jetzt nicht riesig, dass die Gang dabei ist, bei dem Video. Das wird schon gut! Yes! Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, Liebste Gang. Wir haben alle nicht so viel gepennt. Der Dreh gestern ging so bis 5 Uhr morgens und dann mussten die Jungs auch noch das ganze Equipment wieder einpacken. Und heute ist Tag 2 des Videodrehs und wir hatten so ein bisschen Hustle, weil man kann den Cadillac nicht fahren, vor allem nicht so lange strecken. Und jetzt hatte quasi der Transporter einen Platten und jetzt verzieht sich Jonas noch ein bisschen nach hinten. Aber das schaffen wir. Irgendwie kriegen wir es hin. Das wird schon. Das wird's! Drehst du? Du Asien! Also, wir sind gerade so eben angekommen in St. Peter-Ording. Die ganze Gang ist jetzt auch schon eingetrudelt. Jetzt warten wir nur noch auf den Cadillac, der mit einem Transporter geliefert wird. Die Jungs haben das große Problem mit den Platten jetzt auch geregelt. Richtig stark und gleich geht's los. Währenddessen ist Aisha schon mal in der Maske. Und dann bauen wir ein, zwei Lämpchen auf für dich. Geht schnell. Und dann musst du performen. Vor dem Auto. Okay, let's go. Es ist so nice, dass wir diesen Cadillac gefunden haben. Also, ich glaube, die Jungs haben komplett Deutschland abtelefoniert, um Cadillac zu finden. Das ist wirklich, ich freue mich total. Auch wenn wir so ein bisschen Hustle damit hatten, vor allem die Jungs, freue ich mich umso mehr. Und für mich bedeutet der Dealer Cadillac einfach so, egal wie schwer die Situation ist, dass man immer so eine Aussicht hat, kurz zu flöchten, um genug Energie und irgendwie Außenwinkel zu kriegen, um wieder neu anzufangen. Und, ähm, voll schön, dass jeder weiß. Manchmal ziehen sich Welten an. Manchmal löschen sie sich aus. Doch wenn wir frontal kollidieren, wird da was Großes draus. Wir sind wie Wasser und Feuer. Spülen und brennen die Zweifel weg. Steig ein, ihr sitzt schon hinterm Starr. In unserem Lila Cadillac. Und wir fahren immer schneller. It's a rap, it's a rap, it's a rap. Ich voll verheult, wir sind durch. Leute, zieht euch das Video rein. Es lohnt sich definitiv. Wir haben zwei Tage so hart dafür gearbeitet. Alle Menschen hier in diesem großartigen Team haben so hart dafür gearbeitet. Checkt definitiv den Song, packt den in eure Playlisten rein. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Making-of und grüße euch ganz lieb. Und ich würde sagen, bis ganz bald, eure Ela.